Nachdem zahlreiche Politiker von den Grünen, von der SPD und auch der AfD am Wochenende und die Tage zuvor angegriffen wurden, kommen jetzt einige Details raus. Ein Grünen-Oberbürgermeister aus Essen wurde nämlich von Fachkräften angegriffen. Das habe ich aber nur in einer einzigen Pressemitteilung lesen können. Wir gucken uns diese Situation genau an und zugleich ruft nämlich jetzt Innenminister Nancy Faeser dazu auf, dass man darüber diskutieren müsste, was mit dem SPD-Politiker passiert ist. Um die Grünen geht es nicht. Um die AfD geht es auch nicht. Und damit wir uns zusammen an dem Olli für kritischen Content jetzt gerne ein Abo dalassen. Und direkt als Disclaimer vorweg, ich distanziere mich von jedweder Gewalt, egal welcher Couleur, in welche Richtung, gegen welche Partei es auch immer gehen mag. Es ist nicht akzeptabel. Ganz einfach. Und wenn wir uns die Berichterstattung dazu angucken, sehen wir hier zum Beispiel im Tagesspiegel. Update. Staatsschutz ermittelt. Zwei Grünen-Politiker in Essen angegriffen. Die Attacke auf die Männer ereignete sich auf dem Rückweg nach einer Parteiveranstaltung. Einer der beiden wurde leicht verletzt. Das Entsetzen nach der Tat ist groß. Ja, das ist auch absolut berechtigt. Wo ist aber dieses Entsetzen gegenüber dem AfD-Landtagsabgeordneten, der angegriffen wurde? Und ja, ich werde das häufige noch in diesem Video fragen, warum hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Das kann es doch einfach nicht sein. Dass man die eine Tat anders bewertet als die andere. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare unten rein. Oder auch hier. In der Bild wird ebenfalls über die Situation der Grünen oder des Grünen-Angriffs berichtet. Auf dem Heimweg. Grünen Bürgermeister attackiert, heißt es. Schon wieder Gewalt gegen die Grünen. Er ist Essens dritter Bürgermeister, nicht der OB, habe ich vorhin falsch gesagt. Rolf Vlies von den Grünen ist am Donnerstag gewalttätig angegriffen worden. Das teilte der grünen Bundestagsabgeordnete Kai Gehring Freitagabend bei Facebook mit. Er sei mit Vlies nach einer Parteiveranstaltung in Essen auf dem Heimweg gewesen, als es auf offener Straße zu einem Angriff kam. Zitat, gestern Abend entwickelte sich aus einem für uns typischen, zufälligen und zunächst freundlichen Bürgergespräch unvermittelt üble Beleidigungen gegen uns beide und eine spontane körperliche Attacke gegen Rolf Vlies. Und es wird darüber berichtet, dass auf einmal in diesem Gespräch die Stimmung sich geändert hätte, geschwankt wäre oder sonst was. Da muss man doch fragen, was wurde denn inhaltlich gesagt, dass das passiert ist? Das ist doch die relevante Frage, was dann die Fachkräfte so erbost hat, dass man dann aggressiv geworden ist. Oder? Die Gewalt kam offenbar überraschend für uns wahr und ist unbegreiflich und schockierend, dass eine offenbar zufällige Begegnung mit freundlicher Ansprache ohne Anlass eine Attacke erwuchs. Und wir sind sehr froh, dass keine körperlichen Schäden davongetragen wurden. Der Schreck bleibt, denn in diesem Moment haben wir nicht mit einem Angriff rechnen können. So und alles berechtigt. Je weder Kritik, die jetzt hier geäußert wird, ganz klar, keine Frage, das ist zu verurteilen. Nichts in diesen beiden Artikeln über die Täter. Aber hier, hier bei WAZ habe ich das Ganze gefunden. Schläge an den Kopf. Essener Grünen-Politiker attackiert, wie es hier heißt. Und das findet man dann auch nur in einer kleinen Randnotiz mitten im Text quasi drin. Man muss dann hier schon einen Deep Dive machen, wie es so schön heißt. Nämlich hier zwei Männer, also Vlies und Gering, hätten sich zunächst mit einer Gruppe von Männern unterhalten, die als arabikstämmig, Klammer südländischer Phänotyp, im Zitat, beschrieben werden. Dann sei die Stimmung gekippt. Nochmal. Warum ist die Stimmung gekippt? Der Geschädigte gilt zwei Schläge mit der flachen Hand, einen gegen den Kopf und den anderen gegen den Hals, heißt es hier. Ja, da wird jetzt nicht mehr sonderlich groß drauf eingegangen, auf die Herkunft dieser Kandidaten und sonst etwas. Man kennt das ja mittlerweile. Wenn wir uns dann die Situation des Politikers der SPD angucken, hier Europaabgeordneter. Faeser schlägt nach Angriff auf SPD Spitzenkandidat Innenministerkonferenz in der nächsten Woche vor. Absolut berechtigt, Frau Faeser. Das ist ihr Aufgabengebiet? Ja, ich weiß. Es ist Ländersache. Nichtsdestotrotz ist sie dafür zuständig, für Sicherheit in diesem Land zu sorgen. Und die ist schon lange nicht mehr gegeben. Aber komischerweise wird das jetzt gemacht, nachdem hier ein SPD-Kandidat angegriffen wurde. Wo ist denn die Situation, dass man jetzt sagt, ja Moment mal, die Fachkräfte in Essen haben sich nicht korrekt verhalten. Da brauchen wir auch eine Innenministerkonferenz. Oder wird man das zusätzlich dort auch besprechen? Ich wage es zu bezweifeln, dass das zur Sprache kommen wird, was hier gerade eben von mir genannt wurde. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal unten rein. Der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Matthias Ecke, ist nach Angaben der Partei beim Plakatieren in Dresden angegriffen und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige müsse operiert werden, teilte die SPD Sachsen am Samstag. Mit zahlreiche Politiker verurteilten die Attacke. Wo sind die Verurteilungen bezüglich der Angreifer der Grünen? Fehlt. Fehlt. Da muss ich mich hier als Grünenliebhaber stark machen dafür, dass man solche Äußerungen dann auch kritisch hier öffentlich machen darf. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Das ist halt schon wirklich sehr, sehr dystopisch, wenn man sich das mal wieder auf der Zunge zergehen lässt. Ja, Nancy Faeser Innenministern hier eine entsprechende Bitte richtete sie an den derzeitigen Vorsitzenden der Innenministerkonferenz. Brandenburgs Resort-Chef Michael Stübken heißt es hier. Hier derweil riefen zwei Bündnisse für diesen Sonntag unter dem Motto Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie zu spontanen Demonstrationen in Berlin und Dresden auf. Und hier natürlich auch die berechtigte Frage, wenn jetzt hier tolle spontane Demos gegen Gewalt stattfinden. Das ist klasse, das ist gut. Wird auch eine in Essen stattfinden gegen gewisse Tätergruppen? Wird man das auch machen oder darf man das jetzt wieder mal nicht fragen? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn hier heißt es ja, Aufruf zu Spontan-Demos nach Angriff auf EU-Abgeordneten Ecke. Nach jüngsten Attacken auf Politiker und Wahlkampfhälter haben zwei Bündnisse für diesen Sonntag zu spontanen Demonstrationen in Berlin und Dresden aufgerufen. Das Internetportal Zusammen gegen Rechts und das Bündnis Wir sind die Brandmauer Dresden veröffentlichen am Samstagabend entsprechende Aufrufe auf ihren Instagram-Tanellen. Ja, Leute, da könnt ihr mir Kommentare reinschauen, wenn das Video online ist, dann ist diese Demo schon vorbei, ob ihr dabei gewesen seid und wie es gelaufen ist. Und last but not least, das ist natürlich dann auch immer interessant. Ja, es wird jetzt mittlerweile darüber berichtet, über die Situation gegen den Angriff hier des AfD-Politikers. Aber das ist lediglich hier eine DPA-Nachricht, die beim Fokus einfach mal so kurz rausgehauen wird, hier in drei Absätzen. Das ist alles. Mehr sieht man hier nicht als notwendig an. An einem Infostand wird ein AfD-Politiker laut Polizei angeriffen. Der Beschuldigte ist ein 29-Jähriger, der erst Eier geworfen und dann zugeschlagen haben soll, wie es hier heißt. Schon ganz interessant. Das Ganze passiert am Sonntagmorgen in Nordhorn. Ein 29-Jähriger sei zunächst mit einer Frau in einem Boot an dem Stand der AfD vorbeigefahren. Beide hätten Eier in die Richtung des Standes und des Abgeordneten geworfen, hieß es. Und danach ging das Ganze weiter. Nachdem sie mit den Eiern verfehlt haben, sind die Kandidaten hingekommen, die beiden, und der Mann hat zugeschlagen. Ja, hier am Kopf getroffen und so weiter. Als dieser den Beschuldigten zur Rede stellen wollte, habe er ihn beleidigt und ihm ins Gesicht geschlagen. Der Abgeordnete wurde leicht verletzt. Um welchen Landtagsabgeordneten der AfD es sich handele, sagte die Polizei nicht. Falls ihr wisst, welcher das war, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Da habe ich bislang noch keine wirklich ganz genaue Information mittlerweile vorliegen. Es ist einfach nur noch irrational, was hier passiert und wie dann auf solche Sachen reagiert wird. Aber ich habe euch das ja im ersten Video zu dieser Thematik auch komplett prophezeit, dass genau so es stattfinden wird und man die Situation natürlich für die üblichen Narrative ausnutzen wird. Schreibt eure Meinung dazu jetzt gerne in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.